Guten Tag, wir sind ja wieder mit einem kleinen Livestream, der heute wieder gemacht wird. Wir haben heute, äh, ja, wir haben diese Zeit sowieso sehr viel Spaß am Livestreamen und es kommt auch sehr gut an und wir haben viel Freizeit und ich hab euch gerne dabei, also, wer Lust hat, äh, wird jeden Moment angehen, wird jeden Moment aktiviert sein, der Livestream. Also, schaut jetzt vorbei bei Twitch.tv, der Link ist unten in der Beschreibung. Bis denn, ciao, ciao. Bis gleich, was auch immer. Hö.